Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Den genannten Heiligen füge ich auch den großen Eusebius an, der vor nicht langer Zeit sein Leben beschloss. Er hat sehr viele Jahre gelebt und eine nach dieser Zeit bemessene Arbeit geleistet, und der Arbeit entsprach auch die Tugend, die er erworben, und vielfältig war der Lohn, den er dafür geerntet. Denn der Kampfrichter überwetet an Großmut der Gegenleistung der Kämpfe Mühen. Zunächst hatte er sich in fremde Zucht begeben und ließ sich dahin führen, wohin die Erzieher ihn wiesen, denn es waren göttliche Männer und Kämpfer und Streiter um die Tugend. Nachdem er einige Zeit bei ihnen sich aufgehalten und trefflich die Wissenschaft des ascetischen Lebens erlernt hatte, erwählte er das Einsiedlerleben und bezog einen Bergrücken in der Nähe eines großen Dorfes, Asicher mit Namen. Dort wohnte er innerhalb einer Umfriedung, deren Steine nicht einmal durch Lehm zusammengefügt waren, sein Leben lang müselig unter freiem Himmel. Er hüllte sich in ein Gewand aus Fällen und näherte sich von Erbsen und Bohnen, die er in Wasser aufweichte. Manchmal aß er auch getrocknete Feigen in der Absicht, damit dem geschwächten Körper etwas aufzuhelfen. Zu einem hohen Alter gelangt, so dass er die meisten Zähne verloren hatte, änderte er weder seine Nahrung noch seine Wohnung. Im Winter erstarrt, im Sommer verbrannt, ertrug er starkmütig die widrigen Zustände des Klimas. Runzelig war sein Gesicht, wie ausgedörrt alle Glieder seines Körpers, so sehr war durch die vielen Mühen der Leib abgezehrt, dass der Gürtel nicht mehr auf den Hüften blieb, sondern herunterfiel, denn nichts hätte ihn halten können. Gesäß wie Hüftknochen waren geschwunden und gestatteten den leichten Herabfall, doch er erfand ein Mittel, ihn zu befestigen, er nähte den Gürtel an die Kleider an. Sehr lästig war ihm der Verkehr mit der Menge, denn er wollte seine Gedanken nicht vom göttlichen Weg wenden, in dessen Schauung er immer versenkt war, aber dennoch verstattete er bei seiner großen Menschenliebe wenigen Freunden, dass sie nach Absperrung der Türe bei ihm eintreten. Wenn er sie über die göttlichen Dinge belehrt hatte, hieß er sie wieder weggehen und die Türe mit Lehm verschließen. Da er es aber für besser erachtete, auch den Verkehr mit den wenigen einzustellen, verrammelte er den Zugang ganz und gar, indem er einen gewaltigen Stein an die Türe legte. Durch ein enges Loch unterhielt er sich noch mit wenigen Vertrauten, aber so, dass er selber nicht gesehen wurde, so hatte er es ausgedacht. Durch dieses Loch nahm er auch die dürftige Nahrung in Empfang, während er aber wieder allen die Unterredung verweigerte, würdigte er mich allein seiner süßen und von Gott geliebten Stimme, und wenn ich weggehen wollte, hielt er mich lange zurück und sprach mit mir über göttliche Dinge. Fortgesetzt kamen viele Leute und baten um das Geschenk seines Segens. Diese Störung wurde ihm sehr lästig, darum überstieg er, ungeachtet seines Alters und seiner Schwäche, die Mauer, die auch sehr rüstigen große Schwierigkeit bereitet hätte, und begab sich in das nahe Kloster und bezog in einer Mauerecke abermals eine kleine Umfriedung, den Kampf in den gewohnten Mühen fortsetzend. Der Vorsteher dieser Herde, ein Mann, aller Tugend voll, erzählte, dass er mit 15 Feigen die sieben Wochen der heiligen Fastenzeit verbracht habe, und diesen Kampf kämpfte er mehr als 90 Jahre, zu unsagbarer Schwäche erschöpft, aber über die Schwäche siegte der Eifer, und die Liebe zu Gott machte ihm alles leicht und bequem. Von solch edlem Schweiße überronnen, erreichte er das Ziel seines Laufes, den Kampfrichter schauend und nach der Krone verlangend. Ich aber wünsche, seiner Fürsprache teilhaftig zu werden, wie ich mich ihrer zu seinen Lebzeiten erfreute, denn ich glaube, dass er lebt und mit noch reinerer Zuversicht Gott bitten kann. 19, Salamanes Ich hielte es für einen Verstoß gegen die Tugend, wenn ich das Leben des wunderbaren Salamanes den Leuten, die es kennen möchten, vorenthilte und in die Vergessenheit versinken ließe. Darum will ich einen kurzen Bericht darüber erstatten. Westlich am Euphrat, unmittelbar am Ufer, liegt ein Dorf, Kapasana genannt. Diesem entstammte Salamanes, er erwählte das beschauliche Leben. Im jenseitigen Dorfe fand er ein Häuschen ohne Türe und Fenster, und hier schloss er sich ein. Einmal des Jahres grub er daneben das Land um und verschaffte sich so für das ganze Jahr die Nahrung. Er sprach nie mit einem Menschen. Diese Lebensweise führte er nicht kurze Zeit, sondern sehr lange. Der Bischof der Stadt, zu der das Dorf gehörte, lernte die Tugend des Mannes kennen und kam herbei, ihn mit der Priesterweihe zu begnaden. Er ließ eine Öffnung in das Häuschen brechen, trat ein, legte ihm die Hände auf, sprach die Gebete, redete längere Zeit zu ihm und verkündete die ihm gewordene Gnade. Da dieser aber kein Wort sprach, entfernte er sich und ließ die gemachte Öffnung wieder verschließen. Ein andermal kamen die Bewohner seines Geburtsortes des Nachts über den Fluss, brachen seine Wohnung auf, ergriffen ihn und trugen ihn, der sich weder widersetzte noch zustimmte, in ihr Dorf. Frühmorgens bauten sie eine ähnliche Zelle und schlossen ihn darin ein. Auch hier schwieg er in gleicher Weise und sprach mit niemandem ein Wort. Nach einigen Tagen aber kamen umgekehrt die Bewohner des jenseitigen Dorfes, ebenfalls zur Nachtzeit, brachen das Häuschen hier auf und führten ihn wieder zu sich zurück, auch da kein Widerspruch. Er äußerte nicht den Willen zu bleiben noch Freude über die Rückkehr. So war er ganz dem Leben abgestorben und konnte in Wahrheit die apostolischen Worte sprechen, Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern es lebt Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, so war auch dieser Gesinnt. Das reicht aber hin, seine ganze Lebensrichtung klarzulegen. Ich aber gehe mit seinem Segen zu anderen Erzählungen über. 20, Maris Bei uns liegt ein Dorf, Homeris genannt, in dessen Nähe baute sich der gottselige Maris eine kleine Hütte und lebte 37 Jahre darin eingeschlossen. Von dem nahen Berge setzte ihm starke Feuchtigkeit und sickernde Nässe zu. Wie schädlich dies für die Gesundheit ist, wissen die Bewohner der Stadt und des Landes, denn auch den Landleuten sind die Krankheiten bekannt, die daraus entstehen. Aber das konnte jenes heilige Haupt nicht bewegen, seine Hütte aufzugeben, sondern er verharrte standhaft darin, bis er seinen Lauf vollendet hatte. Auch sein früheres Leben hatte er in mühevollem Streben nach Tugend verbracht und so die Reinheit des Leibes und der Seele bewahrt. Das hat er mir selbst mitgeteilt, indem er erklärte, sein Leib sei unversehrt geblieben, so wie er aus dem Mutterschoße hervorgegangen, und das, obgleich er viele Märtyrerfeste in seiner Jugend mitfeierte und durch seine angenehme Stimme das Volk entzückte. Mit Psalmengesang verbrachte er denn gern die Zeit und glänzte durch körperliche Schönheit. Aber weder die Wohlgestalt des Leibes noch der Wohlklang der Stimmen noch der Verkehr mit der Menge befleckte die Schönheit seiner Seele, sondern, wie recklosen lebend, war er nur für die eigene Seele besorgt, um dann den Tugendschatz durch die Mühen des Einsiedlers zu vermehren. Oft erfreute ich mich seines Umgangs, er ließ hinter mir die Türe verschließen, umarmte mich beim Eintritt und hielt lange Vorträge über die Vollkommenheit. Auch er zeichnete sich durch Einfalt aus und verabscheute ganz und gar gekünsteltes Benehmen. Die Armut liebte er mehr als großen Reichtum, 90 Jahre lang trug er aus Ziegenhaaren verfertigte Kleider, Brot und wenig Satz befriedigte sein Nahrungsbedürfnis. Seit langem sehnte er sich, der Feier des geistigen und mystischen Opfers beiwohnen zu können, und er bat mich, bei ihm die Darbringung der Gottesgabe zu vollziehen. Gerne willfahrte ich und ließ die heiligen Gefäße dorthin bringen, denn der Ort war nicht weit entfernt, indem ich die Hände der Diakone als Alltag gebrauchte, brachte ich das geheimnisvolle, göttliche, heilbringende Opfer dar. Er aber war voll geistiger Freude, glaubte sich in den Himmel versetzt und sagte, niemals eine solche Wonne gekostet zu haben. Ich aber, den er so heiß geliebt, hielte es für ein Unrecht gegen ihn, wenn ich nicht nach dem Tode sein Lob verkündete, und für ein Unrecht gegen andere, wenn ich nicht diese hohe Tugend zur Nachahmung vorstellte. Mit der Bitte um seine Hilfe beschließe ich die Erzählung. 21, Jakobus Nachdem wir die Kämpfe jener Helden erzählt haben, welche bereits als Sieger in der Tugend ausgerufen wurden, wollen wir nun in Kürze auch berichten über die Tugendmühen und den Kampfschweiß und die glänzenden und ausgezeichneten Siege der Männer, welche noch leben und großartig streiten und die Vorgänger durch ihren Schweiß noch zu überbieten streben. Wenn wir so deren Leben schildern, wollen wir zugleich den künftigen Geschlechtern ein nutzbringendes Andenken an diese Großen hinterlassen. Denn wie der Wandel der Heiligen, die derer einst geglänzt, den Späteren die mächtigste Förderung gebracht hat, so werden die Geschichten dieser Streiter den Leuten nach uns Norm und Vorbild sein. Den Anfang mache ich mit dem Grollen Jakobus, denn dieser geht an Zeit und an Arbeit den anderen voran, und diejenigen, welche ihm nacheifern, leisten Unglaubliches und Wunderbares. Es trifft sich, ich weiß nicht wie, dass dieser Name sowohl bei der Liste der bereits Heimgegangenen wie bei der Reihe der noch Lebenden an die erste Stelle kommt. Denn auch als ich den Lebenswandel jener Gruppe beschrieb, machte ich den Anfang mit jenem göttlichen Jakobus, der durch sein Gebet das persische Heer in die Flucht schlug und obgleich die Stadtmauern gefallen, die Stadt doch nicht einnehmen ließ, sondern die Feinde zur Flucht trieb, in dem er Mücken und Fliegen gegen sie kämpfen hieß, der, welcher mit ihm gleiche Ehre teilt und gleiche Tugend besitzt, soll den Reigen der noch lebenden Kämpfer eröffnen, nicht weil er seinen Namen trägt, sondern weil er in der Tugend mit ihm wetteifert und anderen Meister der Tugend ist. Jakobus lebte mit dem ganz berühmten Maren zusammen, stellte aber den Meister, dessen Lehren er sich erfreute, durch die höhere Art seiner Tugendübungen in den Schatten. Denn während jener in dem heiligen Bezirke einer einstigen heidnischen Kultstätte eine Art Gehege zu eigen hatte und darin ein Gezelt aus behaarten Fällen errichtete, worin er sich gegen die Unbilden von Regen und Schnee schützte, verschmähte er alle diese Mittel, Zelt und Hüte und Umfriedung, er hatte den Himmel als Dach und setzte sich allen Fairnissen der Witterung aus, bald von heftigem Regen durchnässt, bald von Frost und Schnee erstarrt, ein anderes Mal von den Sonnenstrahlen verbrannt und gebraten, ertrug er alles standhaft, wie wenn er in fremdem Leibestritte, bemüht, durch seinen Eifer die Natur des Körpers zu meistern. Denn obgleich von einem sterblichen und leidensfähigen Leibe umkleidet, wandelt er wie in einem leidenslosen und müht sich um ein unkörperliches Leben im Körper, so dass er mit dem gottbegeisterten Paulus ausrufen kann, im Fleische wandelnd, streiten wir nicht nach dem Fleische, denn unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern gewaltig durch Gott zum Niederreißen von Festungen, Gedanken vernichtend und jede Hoheit, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und gefangen nehmend jeden Verstand zum Gehorsam Christi, aber zu diesen übermenschlichen Kämpfen hatte er sich durch weniger schwere Arbeiten vorgeübt, er verschloss sich in eine kleine Hütze rang sich los von dem Lärme der Welt, band den Geist an die Betrachtung Gottes und suchte sich so den Weg zur vollen Dietentugen zu ebnen, und nachdem er in solcher Vorschule die Seele in edlen Mühen erprobt, wagte er größere Kämpfe, wohnungnehmend auf jenem Berge, der von der Stadt nur 30 Stadien entfernt ist, machte er die Höhe berühmt und ehrwürdig, die früher unbekannt und ganz unfurchtbar gewesen war, sie hat nach dem allgemeinen Glauben einen so kräftigen Segen empfangen, dass von allen Seiten die Leute kommen und die Erde darauf abtragen, um sie als Schutzmittel nach Hause mitzunehmen, in seinem Tun und Lassen kann er von allen, die des Weges kommen, gesehen werden, denn wie erwähnt, hat er keine Höhle, kein Zelt, keine Zelle, keine Mauer, keinen Zaun, der ihn abschlöße, man sieht ihn beten, ruhen, stehen und sitzen, gesund und krank, so dass er fortwährend vor Zuschauern kämpft und die Bedürfnisse der Natur zurückdrängt, schon anderen Menschen, wenn sie auch wenig vornehm erzogen sind, fällt es nicht leicht, im Gegenwart Fremder die natürlichen Ausscheidungen vorzunehmen, geschweige denn eine Manne, der den Gipfel der Vollkommenheit erklommen hatte, folgendes Begebnis sage ich nicht vom Hörensagen, sondern als Augenzeuge, Vor 14 Jahren befiel ihn eine schwere Krankheit und erfasste ihn, wie eben einen Menschen mit sterblicher Natur, es war Hochsommer, und gar heftig brannten die Sonnenstrahlen, da die Winde ruten und kein Lüftchen sich bewegte, das Leiden war Überschuss an Galle, die nach unten drängte und quälte und die Eingeweide drückte und mit aller Gewalt nach außen trieb, da konnte ich den Starkmut des Mannes schauen, Die ganze Umgegend hatte sich versammelt, in Erwartung, den Leichnam des Siegers im gegebenen Augenblicke an sich zu bringen, er saß da in zweifacher Not, die Natur drängte zur Ausscheidung, die Scham vor der in umgebenden Menschenmenge forderte Beharren in seiner Lage, als ich dies bemerkte, richtete ich an die zusammengekommenen dringende Mahnungen und Drohungen und hieß sie weggehen, letztlich musste ich mit kirchlichen Strafen einschreiten, aber erst spät am Abend brachte ich sie mit vieler Mühe von der Stelle, doch der Mann Gottes ließ sich nicht einmal nach ihrem Fortgange von der Natur besiegen, sondern blieb standhaft, bis tiefe Nacht alle zwang, nach Hause zu gehen, als ich am folgenden Tage wieder zu ihm kam, sah ich, dass die Hitze stärker geworden war und sein Fieber durch die Sonnenblut von außen noch genährt und erhöht wurde, da gab ich Kopfweh vor und sagte, ich könnte die Sonnenstrahlen nicht vertragen, und bat, mir doch etwas Schatten bei sich zu verschaffen, er hieß mich drei Rohrstöcke in die Erde treiben und darüber zwei Fälle legen, und so kamen wir zu dem gewollten Schatten, auf seine Weisung, nun einzutreten, erwiderte ich, mein Vater, es wäre schmählich, wenn ich, jung und gesund, diese Erfrischung genießen wollte, du aber, von heftigem Fieber verzehrt und dieser Erleichterung bedürftig, draußen sessest, der Glut der Sonnenstrahlen ausgesetzt, wenn du also, sagte ich, willst, dass ich den Schatten genieße, so teile mit mir dieses kleine Zelt, ich will bei dir bleiben, ich lasse dich aber nicht unter den Strahlen der Sonne, als er diese Worte vernahm, gab er nach und nahm die Linderung, die ich ihm zugedacht, an, als wär so zusammen den Schatten genossen, fing ich ein anderes Gespräch an und sagte, ich müsse mich legen, da meine Hüften das Sitzen nicht vertrügen, da bat er mich, es zu tun, ich aber erwiderte, es sei mir unerträglich, ihn sitzen zu sehen, während ich läge, wenn du also, sagte ich, willst, dass ich solche Ruhe genieße, müssen wir, mein Vater, beide uns legen, allein zu rasten, müsste ich mich schämen, durch solche Worte überlistete ich den Standhaften und brachte ihm Erleichterung durchliegen, da er so auf den Boden ausgestreckt lag, redete ich ihm liebevoll zu, seine Seele freudig zu stimmen, während ich mit der Hand unter dem Kleide den Rücken sanft ihm reiben wollte, gewahrte ich schwere Eisenmassen, die um Hüften und Nacken sich legten, Ketten gingen von dem Halsringe, zwei vorne und zwei rückwärts, schräg nach dem unteren Ringe, die Gestalt des griechischen Buchstaben X bildend, und verbanden die beiden Ringe miteinander, ähnliche Fesseln trugen unter dem Gewande die Arme in der Gegend der Ellenbogen, angesichts solcher Belastung bat ich ihn, dem kranken Körper doch Erleichterung zu bieten, er könnte zu gleicher Zeit die freiwillig gewählte Bürde und die unfreiwillige Erkrankung nicht tragen, jetzt, sagte ich, mein Vater, tut das Fieber die Dienste des Eisens, wenn dieses nachgelassen hat, dann werden wir dem Körper wieder die Last von Eisen auferlegen, er gab auch hierinach, durch fortgesetztes Zureden dieser Art überwunden, er war damals nur einige Tage krank und genass rasch wieder, aber später befiel ihn ein schwereres Leiden, von allen Seiten kamen Leute herbei, um den Leichnam nach dem Hinscheiden an sich zu reißen, als man dies in der Stadt erfuhr, eilte alles herbei, Soldaten und Bürger, jene in kriegerischer Rüstung, diese mit Waffen, die ihnen eben in die Hände fielen, sie stellten sich feldmäßig zum Kampfe auf und warfen Geschosse, freilich nicht umzutreffen, sondern umzuschrecken, damit vertrieben sie die Anwohner und hoben hierauf den siegreichen Kämpfer auf ein Tragbett, er aber hatte gar nichts von dem Vorgefallenen gemerkt, nicht einmal gefühlt, dass ihm die Landleute die Haare ausgerissen hatten, sie brachten ihn zur Stadt, und am Heiligtum der Propheten angelangt, setzten sie das Bett in dem nahen Kloster nieder, ich war damals gerade in Berua, dorthin meldete mir ein Bote das Geschehene und zugleich, dass er im Sterben liege, deshalb brach ich sogleich auf, reiste die ganze Nacht hindurch und gelangte in der Frühe zu dem göttlichen Mann, der nicht sprechen und niemand von den Anwesenden erkennen konnte, als ich ihn aber ansprach und einen Gruß vom großen Akazius ihm sagte, schlug er sogleich die Augen auf, fragte, wie es mir gehe und erkundigte sich, wann ich gekommen sei, nachdem ich darauf geantwortet hatte, schloss er wieder die Augen, nach drei Tagen fragte er, wo er sei, und als er es erfuhr, war er sehr ungehalten und verlangte sogleich wieder auf den Berg gebracht zu werden, da ich ihm in allem willfährig sein wollte, ließ ich sogleich das Tragbett an den geliebten Ort zurückbringen, hier konnte ich beobachten, wie das ehrwürdige Haupt für alle Ehrung abgestorben war, am folgenden Tage brachte ich ihm gekühlten Gerstensaft, denn warmes nahm er nicht, und den Gebrauch des Feuers hatte er sich ganz versagt, da er den Trank nicht nehmen wollte, sagte ich, erweise uns den Gefallen, denn wir glauben, dass deine Gesundheit allgemeines Heil bedeute, du bringst uns nicht nur als Vorbild Segen, sondern beschützest uns auch durch dein Gebet und erwirkst uns die göttliche Huld, wenn dir das Ungewohnte zuwider ist, so zeige auch darin, sagte ich, mein Vater, deinen Starkmut, denn auch das ist eine Art Tugend, wenn du also in gesunden Tagen durch Starkmut die Begierde nach Nahrung überwandest, so zeige jetzt, wo du gar kein Verlangen danach hast, den Starkmut durch Genuss, als ich dies sprach, war auch der Mann Gottes Polychronius zugegen, der meine Worte unterstützte und zuerst von dem Gerichte nehmen wollte, obgleich es noch früh am Morgen war und er oft alle sieben Tage nur seinem Leib Nahrung gestattete, durch diesen Zuspruch besiegt, schüttete er bei geschlossenen Augen einen Becher des Saftes hinunter, wie wir es bei bitteren Getränken zu tun pflegen, da seine Füße so schwach geworden waren, dass er nicht mehr gehen konnte, bestimmten wir ihn, auch ein Bad zu nehmen, auch folgendes Begebnis, denke ich, mag den Grad seiner Tugend bekunden, einer der dienenden Gefährten wollte den Becher, der da stand, in einem Korbe verbergen, damit ihn Ankömmlinge nicht sehen, er aber sprach, was verbirgst du den Becher, der antwortete, damit er von Ankömmlingen nicht gesehen werde, da sagte er, Weg, mein Sohn, verbirg nicht vor Menschen, was dem Gottes als offenbar ist, denn da ich ihm allein leben will, kümmert mich menschlicher Ruhm nicht, denn was habe ich davon, wenn Menschen mir größere Abtötung zu erkennen, Gott aber geringere, nicht sie geben den Lohn für die Arbeiten, sondern Gott ist der Belohner, wer staunt da nicht über diese Worte und über den Geist, der diese hervorbrachte, wie er so ganz über alle menschliche Urteile erhaben war, ähnliches habe ich auch noch ein anderes Mal erlebt, es war Abend, später Abend, und Zeit zum Essen, er nahm den bereits dehenden Irrenentopf und verzehrte die wenigen eingeweichten Linsen, denn das war seine Nahrung, da kam ein Mann aus der Stadt dazu, der eine Kriegssteuer eintreiben sollte, er sah den Ankönling von Ferne, legte aber die Linsen nicht weg, sondern nahm seine Nahrung ein wie gewöhnlich, in der Meinung, es sei eine Gaukela des Teufels, suchte er den vermeintlichen Widersacher mit Scheldworten zu vertreiben, und um zu zeigen, dass er sich nicht fürchte, führte er dazwischen die Linsen zum Munde, der so beschimpfte flehte und versicherte, dass er ein Mensch sei und dass er unter einem Schwure genötigt wurde, noch vor dem Abend die Stadt zu verlassen, und darum zu dieser Zeit hier ankomme, er aber sagte, sei guten Mutes, fürchte dich nicht, sondern bete mit mir, und dann kannst du gehen, sei mein Tischgenosse und teile mit mir die Speise, mit diesen Worten nahm er eine Hand vor Linsen und bot sie ihm dar, so verbannte er die Leidenschaft eitler Ruhmsucht mit den übrigen Lastern aus seinem Geiste, über seinen Starkmut brauche ich nichts zu sagen, er war mit Augen zu sehen, denn oft lag er drei Tage und ebenso viele Nächte im Gebete hingestreckt am Boden, von gefallenem Schnee verschüttet, so dass man nichts mehr sah von den Lumpen, in die er gehüllt war, oft mussten da die Nachbarn schaufeln und Hacken anwenden, um den auf ihm lagernden Schnee wegzuschaffen und den Mann darunter freizulegen und aufzurichten, durch diese Arbeiten erntete er das Geschenk der göttlichen Gnade, die alle, die es wollten, erfahren durften, denn durch seinen Segen wurde gelöscht und wird gelöscht die Hitze vieler Fieber, Wechselfieber ließen nach und hörten ganz auf, viele Dämonen mussten fliehen, Wasser, von seiner Rechten gesegnet, wird zum unheilwährenden Heilmittel, wem ist die Auferweckung eines Knaben durch sein Gebet unbekannt, in der Vorstadt lebten dessen Eltern, die viele Kinder gehabt, aber alle vorzeitig dem Grabe übergeben mussten, als nun dieser letzte Knabe geboren wurde, eilte der Vater zu dem Manne Gottes und bat, er möchte ihm ein langes Leben erflehen, mit ein Versprechen, ihn, wenn er am Leben bliebe, Gott zu weihen, vier Jahre lebte das Kind, dann starb es, der Vater war gerade abwesend, da er sofort heimkehrte, musste er sehen, wie es bereits zu Grabe getragen wurde, er nahm es von der Bahre weg und sprach, ich muss mein Versprechen erfüllen und es auch tot dem Manne Gottes schenken, sprach's und trug das Kind fort und legte es zu des heiligen Füssen mit denselben Worten, die er auch zu den seinigen gesprochen, der Mann Gottes nahm es an sich, beugte seine Knie, warf sich zu Boden und rief den Herrn über Leben und Tod an, gegen Abend ließ der Knabe seine Stimme hören und rief den Vater, da so der gottselige Mann gewahrte, dass der Herr sein Gebet erhört und dem Knaben das Leben wiedergegeben habe, stand er auf und betete den an, der den Willen derer tut, die ihn fürchten, und ihre Gebete erhört, er vollendete seine Andacht und gab dem Erzeuger den Knaben zurück, ich habe das Kind selbst gesehen und mir vom Vater das Wunder berichten lassen, ich habe auch vielen Leuten diese apostolische Wundertat erzählt, nicht, überzeugt, dass sie allen, die sie hörten, großen Nutzen bringen würde, auch ich habe oftmals seine Hilfe erfahren, nur einen oder zwei Fälle will ich anführen, ich hielte mich für sehr undankbar, wenn ich die verschiedenen Wohltaten der Vergessenheit übergeben, sie nicht mitteilen wollte, der abscheuliche Markion hatte viele Dornen seiner Gottlosigkeit in der Gegend von Kyros gesät, sie mit der Wurzel auszureißen, setzte ich alle Kräfte in Bewegung und hörte nicht auf, mit allen Mitteln weder ihn zu kämpfen, die aber, deren Heilung ich mir angelegen sein ließ, statt mich zu lieben, verleumdeten sie mich, erwiesen mir statt Gutes Böses und Hass statt Liebe, mit Zauberkünsten wandten sie sich an die Teufel als Helfershelfer und unternahmen so einen unsichtbaren Krieg gegen mich, in einer Nacht kam so ein unheilvoller Dämon und schrie in syrischer Sprache, was streitest du dagegen Markion, warum hast du den Kampf gegen ihn unternommen, was hat er dir je Übles getan, stelle ein den Krieg, lege ab die Feindschaft, und du wirst erfahren, ein wie großes Gub die Ruhe ist, denn wisse wohl, längst hätte ich dich getroffen, müsste ich nicht sehen, wie der Kur der Matürer mit Jakobus dich beschützt, das hörte ich und fragte einen Vertrauten, der in der Nähe schlief, hörst du, was da gesprochen wird, alles, sagte er, habe ich gehört, ich wollte aufstehen und mich umschauen, um zu erfahren, wer gesprochen habe, deinetwegen aber blieb ich ruhig, weil ich glaubte, du schliefest, wir standen nun beide auf, sahen uns um, konnten aber niemanden gehen oder sprechen hören, jene Worte hatten aber auch unsere Hausgenossen gehört, ich verstand nun, dass er mit dem Chor der Matürer das Ölfläschchen der Matürer meinte, welches den Segen vieler Matürer enthielt und neben meinem Bette hing, unter meinem Kopf aber lag der alte Mantel des großen Jakobus, der für mich eine festere Schutzwehr war denn jeglich Gehege aus Stahl, da ich nun im Begriffe war, das größte jener Dörfer anzugreifen, eingetretene Hindernisse aber meiner Abreise sich in den Weg stellten, schickte ich zu meinem Isaias, mit der Bitte, die göttliche Hilfe mir zu erflehen, er aber sprach, sei guten Mutes, alle diese Hindernisse sind wie Spinngewebe zersturben, dies hat mir Gott in der Nacht geoffenbart, nicht im Traume schattenhaft, sondern klar im wachen Zustande, ich sah nämlich, da ich den Psalmengesang anfing, nach der Richtung, wo jene Orte liegen, eine feurige Schlange von Westen nach Osten kriechen und durch die Luft fliegen, nach Beendigung dreier Gebete schaute ich sie wiederum, und zwar zusammengekrümmt, in der Gestalt eines Ringes den Schwanz mit dem Kopf verbunden, nachdem ich acht Gebete verrichtet hatte, sah ich sie mitten in zwei Geburschen und in Dunst aufgelöst, das sah er voraus, wir aber erfuhren, wie der Ausgang mit dem Gesicht der Übereinstimmte, denn in der Morgenfrühe kamen die unter der Schlange, der Urheberin des Unheils, streitenden früheren Anhänger Markions, die jetzt zu der apostolischen Streitmacht übergetreten sind, von Westen her und zeigten uns ihre Schwerter, gegen die dritte Stunde des Tages aber staffelten sie die Reihen tiefer, für ihre eigene Sicherheit bangend, gleich der Schlange, die mit dem Schwanze den Kopf bedeckt, zur achten Stunde aber zerstreuten sie sich und gestatteten uns den Einzug in die Stadt, und wir fanden als erstes eine Schlange aus Erz, welche von ihnen angebetet wurde, denn während sie gegen den Bildner und Schöpfer aller Dinge offen den Krieg unternahmen, verehrten sie eifrig die verfluchte Schlange als dessen Feind, weil aber die Rede auf die göttlichen Offenbarungen gekommen ist, will ich erzählen, was ich von jener wahrhaften Zunge gehört habe, er erzählte nicht aus Ehrsucht, denn davon war diese göttliche Seele weit entfernt, sondern unter einem gewissen Zwange, zu sprechen, was er gerne verheimlicht hätte, ich bat ihn, bei dem Gotte des Alls zu erwirken, dass ich die Saat ganz von Unkraut zu säubern und völlig von heretischem Gesäme zu reinigen vermöchte, denn es betrübte mich sehr die starke Verbreitung der Irrlehre des verabscheuungswürdigen Markion, daraufhin sagte er, du brauchst weder mich noch einen anderen als Fürsprecher, du hast den großen Johannes, die Stimme des Wortes, den Vorläufer des Herrn, der stets in dieser Sache für dich bittet, da ich erwiderte, dass ich gewiss auch auf dessen Fürsprache baute und auf die Fürsprache der übrigen Apostel und Propheten, deren Reliquien jüngst zu uns gekommen seien, versetzte er, sei guten Mutes, dass du den Täufer hast, aber auch so konnte ich nicht schweigen und drang umso mehr in ihn, zu erfahren, warum er gerade diesen erwähne, er aber, ich möchte gerne diese geliebten Reliquien küssen, ich erwiderte, ich werde sie nicht hierher bringen, wenn du mir nicht versprichst, zu sagen, was du gesehen hast, er versprach es, und am folgenden Tage brachte ich ihm was er gewünscht, da hieß er alle sich entfernen und erzählte mir allein folgendes Gesicht, als du diese Beschützer der Stadt bei ihrer Ankunft aus Phönizien und Palästina unter davidschen Gesängen empfingst, kam mir der Gedanke, ob das wirklich die Reliquien des großen Johannes und nicht die eines anderen Matürers gleichen Namens seien, am folgenden Tage, da ich nachts zum Psalmengesang aufstand, sah ich einen Mann in weißem Kleide, der zu mir sprach, Bruder Jakobus, warum bist du uns bei unserer Ankunft nicht entgegengegangen, auf meine Frage, wer sie seien, entgegnete er, die gestern von Phönizien und Palästina gekommen sind, und während alle uns gar freudig empfingen, Hirt und Volk, Städter und Landbewohner, nahmst du allein nicht an der Ehrung teil, damit deutete er den Zweifel an, darauf habe er, erzählte er weiter, geantwortet, ich kann auch in eurer Abwesenheit zu Gott beten, am folgenden Tage erschien er wiederum, zur selben Zeit, und sprach, Bruder Jakobus, sieh dort den Stehen, dessen Kleid weiß ist wie Schnee, und neben ihm ein Ofen mit Feuer, als ich meine Augen dort hinwandte und Johannes den Täufer vermutete, denn er hatte ein langes Gewand umgeworfen und streckte die Hand zum Taufen aus, sagte er, er ist's, den du vermutest, ein anderes Mal sagte er mir, als du nächtlich zu dem ersten Dorfer dich begabst, um die Aufrührer zu züchtigen, und mich ersuchtest, eifriger zu Gott zu beten, durchwachte ich die Nacht im Gebete zum Herrn, da hörte ich eine Stimme, die sagte, fürchte dich nicht, Jakobus, der große Johannes der Täufer bezieht die ganze Nacht zum Gottes Als, denn es wäre viel Blut vergossen worden, wenn nicht seine Fürsprache den Übermut des Teufels bendigte, nachdem er mir dieses Erlebnis erzählt hatte, verlangte er, dass ich es für mich behielte und andere es nicht erführen, aber des allgemeinen Nutzens willen habe ich es nicht nur vielen kundgetan, sondern schreibe es jetzt auch nieder, auch den Patriarchen Josef habe er gesehen, grau das Haupt und den Bart und im Greisenalter noch mit dem Glanze der Jugendschönheit begnadet, und obgleich er doch den Gipfel der Vollkommenheit erreicht, habe er sich den Letzten der Heiligen genannt, als ich ihm sagte, bemerkte Jakobus, er sei der Erste unter denen, die mit ihm die Ehre der Bahre teilten, hieß er sich selbst den Letzten, er erzählte mir auch von den mannigfachen Anschlägen, welche die bösen Geister auf ihn gemacht hätten, gleich bei Aufnahme dieser meiner Lebensweise, begann er, erschien mir ein nackter Mensch, dem Äußer nach ein Äzio-Bier, Feuer aus den Augen sprühend, bei seinem Anblick wurde ich von Furcht befallen und wandte mich zum Gebete und konnte keine Nahrung mehr zu mir nehmen, denn eben um die Essenszeit war er erschienen, so verbrachte ich sieben, acht und zehn Tage ohne Nahrung, letztlich aber verachtete ich den bösen Überfall und setzte mich nieder zum Essen, dieser Starkmut ärgerte ihn, und er drohte, mich mit dem Stocke zu schlagen, ich aber sagte, wenn der vom Herrn des Als der Auftrag geworden ist, so schlage, gerne will ich die Züchtigung hinnehmen, da sie dann von ihm kommt, wenn du aber nicht beauftragt bist, wirst du nicht schlagen, auch wenn du tausendmal wütest, als er dies hörte floh er, fuhr aber fort, heimlich gegen mich zu rasen, zweimal in der Woche wurde mir von unten Wasser gebracht, er stellte sich dem Träger in den Weg, indem er mein Aussehen nachäffte, nahm den Krug ab, befahl ihm wegzugehen und goss die Flüssigkeit aus, dies tat er zweimal und dreimal und bekämpfte mich somit der Qual des Durstes, sehr unwillig fragte ich den Träger, warum hast du in den verflossenen 15 Tagen kein Wasser gebracht, er erwiderte, er habe es mir dreimal und viermal gebracht, und ich hätte es in Empfang genommen, und wo, sagte ich, habe ich es von dir in Empfang genommen, als er mir den Platz zeigte, sagte ich ihm, und wenn du mich auch tausendmal dort siehst, gib das Gefäß nicht weg, bis du hierher gekommen bist, nachdem auch dieser Angriff abgeschlagen war, versuchte er andere Wege, so schrie er eines Nachts, ich werde dich in solchen Gestank hüllen und in so schlechten Ruf dich bringen, dass kein Mensch mehr hierher kommen wird, dich zu sehen, darauf antwortete ich, dafür werde ich dir Dank abstatten, denn widerwillen wirst du damit dem Verhassten eine Wohltat erweisen, indem du mir ungestörtes Schwelgen in der Betrachtung Gottes ermöglichst, größere Ruhe mich freund, wird die Versenkung in die göttliche Schönheit meine beständige Beschäftigung sein, als ich nach wenigen Tagen zur Mittagszeit den gewohnten göttlichen Dienst verrichtete, sah ich zwei Weiber den Berg herabkommen, unwillig über dieses ungewohnte Schauspiel, wollte ich sie mit Steinen vertreiben, da erinnerte ich mich der Drohung des Unholden und vermutete, dass eben diese Erscheinung es wäre, die mich in Verruf bringen sollte, doch dem kam ich zuvor und rief laut, wenn sie auch auf meinen Schultern sessen, ich werde sie nicht mit Steinen bewarfen und sie nicht verfolgen, sondern nur Gebet gegen sie anwenden, so sprach ich, sie aber verschwanden, und mit meinen Worten war auch das Gaukelspiel zu Ende, während ich wieder einmal zur Nachtzeit betete, hörte ich das Geräusch eines Wagens, Kutscherrufe und wehrende Pferde, das Ungewohnte der Sache beunruhigte mich, denn ich bedachte, dass damals kein Präfekt in der Stadt sich aufhielt, dass dies kein Weg für Fuhrwerke sei und auch keine Zeit, wo Wagen fahren, während ich so überlegte, hörte ich den Lärm einer sich nähernden Menge, an der Spitze gingen Leute mit Stäben, die unter Schreien und Pfeifen die Menge teilten und dem Präfekten den Weg frei machten, als es mir näher zu kommen schien, fragte ich, wer bist du, woher kommst du und was hat dich zu dieser Zeit hierher geführt, wie lange treibst du noch solches Spiel, Elender, und verachtest die göttliche Langmut, die sprach ich, nach Sonnenaufgang gewendet und an Gott mein Gebet richtend, da führte er einen Stoß, konnte mir aber nicht beikommen, die Gnade Gottes fiel ihm in den Arm, und auf der Stelle war alles verschwunden, er erzählte auch, dass er in den Zeiten jener ruchlosen Banden, die von Isaurien aus dem ganzen Orient brandschatzten und plünderten in großer Furcht gelebt hätte, nicht weil ihn selbst der Mordstahl treffen könnte, er hing nicht so sehr am Leibe, sondern weil er den Menschenraub und die Sklaverei und die Frivolität und Gesetzlosigkeit mit ansehen musste, das war dem Teufel bekannt, denn er hatte öfter gehört, wie Jakobus vor Freunden sich darüber ausgesprochen, darum täuschte er nächtlich das Wehklagen von Weibern vor, mir war, fuhr er fort, als hörte ich die Ankunft der Feinde, die Feuer an die Dörfer legten, sogleich scheitelte ich mein Haupthaar, legte einen Teil nach rechts, den anderen nach links und ließ es über die Schultern auf die Brust herabhängen, um so den Nacken für den Schwertstreich frei zu machen und einen schnellen Todesstoß zu erhalten und von dem schrecklichen Schauspiele befreit zu werden, so verbrachte ich die ganze Nacht, fortwährend ihren Einbruch erwartend, als es aber Tag geworden und Leute kamen, erkundigte ich mich, was sie von den Isauriern gehört hätten, diese erklärten, in den letzten Tagen sei nichts von ihnen bekannt geworden, und so erkannte ich, dass es teuflische Gaukelei gewesen war, ein anderes Mal, erzählte er, kam der Teufel in der Gestalt eines süppigen Jünglings von glänzender Schönheit, mit blondem Haar geschmückt, lächelnd und scherzend, ich aber, zornbewaffnet, suchte ihn durch Schmähungen zu vertreiben, er aber blieb, lüsternd der Blick, im Lachen wie im Sprechen die Wollust verratend, da steigerte ich meinen Zorn noch mehr und rief, wie kannst du den ganzen Erdkreis durchziehen und auf alle Menschen solche Angriffe verüben, er erwiderte, er sei nicht allein, sondern eine Menge von Dämonen sei über den ganzen Erdkreis zerstreut, die auf diese Weise spielten und zugleich Ärmst machten, denn mit scheinbarem Scherzen suchen sie ernstlich die ganze menschliche Natur zu verderben, aber du, sagte ich, gehe, da dir Christus befehlt, der eine ganze Legion durch die Schweine in den Abgrund getrieben, Hören und Fliehen war eins, die Kraft des Namens des Herrn und den Glanz der Tugend seines Dieners konnte er nicht ertragen, viele Dinge, die ich von ihm weiß, will ich nicht niederschreiben, damit nicht die Masse den Schwachen einen Vorwand zum Unglauben abgebe, denen, die den Mann Gottes sehen, erscheint nichts von dem Gesagten unglaubwürdig, da der Anblick seiner Tugend die Bestätigung gibt, da aber die niedergeschriebene Erzählung auch für die Späteren bestimmt ist und der großen Menge die Augen glaubwürdiger sind als die Ohren, so bemessen wir den Bericht nach der Schwachheit der Hörenden, die Bewohner des nahen Dorfes bauten ihm, nur wenige Stadien entfernt, ein großes Heiligtum, ich selbst hatte ihm in der Kirche der siegreichen Apostel ein Grabmal bereitgestellt, als dies der Mann Gottes erfuhr, drang er oft in mich, dass sein Leib auf jenem Berge beigesetzt werde, ich aber stellte ihm wiederholt vor, dass Männer, die das gegenwärtige Leben so ganz missachtet hätten, für das Begräbnis keine Vorsorge treffen dürften, da ich aber sah, wie sehr ihm die Sache zu Herzen gehe, gab ich nach und stimmte zu, ich ließ den ihm zugedachten Steinsarg ablösen und auf den Berg verbringen, und da ich beobachtete, dass der Stein durch den Frostschaden leide, ließ ich ein kleines Gehäuse für den Sarg errichten, nachdem wir den Bau vollendet und seinem Befehle gemäß das Dach darauf gesetzt hatten, sprach er, ich werde nicht dulden, dass dieser Baugrab des Jakobus heiße, sondern ich will, dass es ein Heiligtum der siegreichen Märtyrer werde, mich möge man als Ansiedler in einen anderen Sarg legen und mir gönnen, an deren Seite zu ruhen, so sprach er nicht nur, sondern handelte auch danach, von allen Seiten sammelte er Reliquien von Propheten und Aposteln und insbesondere von Märtyrern und setzte sie in dem einen Sarge bei, Mit der Schar dieser Heiligen wollte er zusammen wohnen, mit ihnen auferstehen und mit ihnen der Gottschauung gewürdigt werden, das beweist zur Genüge die Demut seiner Gesinnung, er, der so großen Reichtum gesammelt, wünschte, als litte er äußerste Armut, als Beisers neben Reichen zu wohnen, das Gesagte reicht hin, zu zeigen, welchen Arbeiten sich dieses ehrwürdige Haupt unterzogen, welche Kämpfe er bestanden, welcher Gnade er sich seitens Gottes erfreut, welche Siege er davon getragen und mit welchen Kronen er geschmückt worden, da aber manche die Unfreundlichkeit seines Wesens tadeln und ihm die allzu große Liebe zur Einsamkeit und Ruhe verübeln, so will ich, bevor ich die Erzählung beschließe, darüber noch einiges sagen, sein Leben spielt sich, wie berichtet, vor den Augen der Öffentlichkeit ab, keine Umfriedung, keine Hütte, kein Zelt entzieht in den Blicken, ein jeder, der kommt, tritt, durch kein Gehege behindert, unmittelbar ein und will mit ihm sich unterhalten, andere Männer, welche dasselbe Tugendleben führen, haben Mauern und Türen und erfreuen sich so der Ruhe, der Eingeschlossene öffnet, wem er will, lässt warten, solange er will, und genießt die Versenkung ins Göttliche wie er will, von all dem ist hier nichts, deshalb ist er so ungehalten über die, welche ihn zur Zeit des Gebetes belästigen, wenn sie auf seine Weisung hin sogleich sich entfernen, setzt er ruhig sein Gebet fort, wenn aber die lästigen bleiben und, ein oder zweimal aufgefordert, nicht folgen, dann schickt er sie, unwillig scheldend, von dannen, ich habe vielmals mit ihm darüber gesprochen und gesagt, dass manche von den Weggeschickten es sehr übel nehmen, dass sie den Säge nicht empfingen, es schicke sich doch, Leute, welche in solcher Absicht hierher gekommen seien und einen Weg von vielen untergereisen zurückgelegt hätten, nicht betrübt weggehen zu lassen, sondern mit Gesprächen der göttlichen Weisheit die Unwissenden zu bewirken, er aber entgegnete, nicht für andere, sondern meinetwegen habe ich diesen Berg erwählt, mit vielen Wunden der Sünde bedeckt, bedarf ich ausgiebiger Heilung, und darum bitte ich unseren Herrn, mir die Heilmitte gegen mein Übel zu verleihen, wäre es nicht unsinnig und ungereimt, wenn ich den Faden des Gebetes da durchschnitte und dazwischen Mitmenschen mich unterhielte, wäre ich der Diener eines Herrn, der die gleiche Natur mit mir teilte, und wollte ich es zur Zeit des schuldigen Dienstes unterlassen, ihm Speise und Trank zu bringen und plauderte dafür mit meinen Mitdienern, welche Schläge würde ich damit Recht erhalten, wenn ich zu einem Beamten käme und ihm ein erlittenes Unrecht darlegen wollte, mitten darin aber die Darlegung Abschnitte und andere Reden mit Anwesenden führte, glaubst du nicht, dass da der Richter aufgebracht würde, mir die Hilfe versagte, noch Schläge hinzufügte und mich aus den Schranken verreagte, wenn nun der Diener gegenüber dem Herrn, der Hilfsbedürftige gegenüber dem Richter sich angemessen benimmt, wie wäre es da Recht, dass ich, wenn ich zu Gott, dem ewigen Herrn und gerechtesten Richter und König des Alls, hinzuträte, anders vor ihn träte wie jene und zwischen dem Gebete zu den Mitknechten mich wendete und eine lange Unterredung mit ihnen hielte, solches hörte ich von ihm und überbrachte es auch den Unzufriedenen, und er scheint mir ganz recht gesprochen zu haben, dazu ist es den Liebenden eigen, dass sie alle anderen Leute übersehen und nur an dem hängen, den sie lieben und schätzen, auch des Nachts von ihm träumen und am Tage nur an ihn denken, und so, glaube ich, wird er ungehalten, wenn man ihn stört in der wonneglichen Schauung und im Genusse der geliebten Schönheit, bei dieser Erzählung habe ich mich äußerst der Kürze beflissen, um nicht durch die Länge die Leser zu belästigen, wenn aber Jakobus diese Schrift überlebt, wird er noch ungezählte andere Großtaten zu den früheren fügen, diese mögen andere aufzeichnen, denn ich trage großes Verlangen nach dem Heimgange aus dieser Welt, aber der Preisrichter für die Togenstreiter wird auch diesem Helden ein den Kämpfen würdiges Ende verleihen und machen, dass der Rest seines Wettlaufes dem früheren entspreche, damit er als Sieger das Ziel erreiche und unsere Schwäche durch seine Gebete stärke, damit wir kräftig unsere zahlreichen Niederlagen wiedergutmachen und siegreich aus dem Leben scheiden. 22, Thalassius und Lemnaeus In unserer Nähe liegt das Dorf Delima, das früher den Samen der Gottlosigkeit Markions aufgenommen hatte, jetzt aber der evangelischen Bebauung sich erfreut, südlich davon erhebt sich ein Hügel, nicht sehr unwirtlich und nicht sehr steil, auf diesem erbaute sich eine Einsiedelei der wundervolle Thalassius, ein Mann, reich mit Tugend geschmückt und an Schlichtheit, Sanftmut und Bescheidenheit seine Zeitgenossen übertreffend, das sage ich nicht bloß vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung heraus, denn ich suchte den Mann auf und erfreute mich oft seines süßen Umgangs, in seine Genossenschaft fand Aufnahme der jetzt von allen gepriesene Lemnaeus, der in jungen Jahren diesen Kampfplatz erwählte und sich trefflich in die höchste Vollkommenheit einführte, und da er wohl wusste, wie leicht mit der Zunge gefehlt werde, machte er sich, ein Knabe noch, völliges Schweigen zum Gesetze, so lebte er lange Jahre, ohne mit Menschen ein Wort zu wechseln, nachdem er genügend die Lehren des gottseligen Greises in sich aufgenommen hatte und ein Abbild seiner Tugend geworden war, kam er zu dem großen Maron, von dem wir früher berichtet haben, er traf gleichzeitig mit dem göttlichen Jakobus ein, nachdem er auch davon großen Nutzen gezogen, sehnte er sich nach dem Leben unter freiem Himmel und bezog einen anderen Berggipfel, zu dessen Füssen ein Dorf liegt, Targala genannt, hier lebt er bis zum heutigen Tage, ohne Haus, ohne Zelt, ohne Hütte, lediglich von einer Umfriedung beschützt, die aus Steinen ohne Mörtelverbindung aufgeschichtet war, sie hat eine kleine Türe, die ständig mit Lehm verschlossen ist, kein Ankündling darf sie öffnen, mir allein gestattet er, dies zu tun, wenn ich ihn besuche, darum laufen die Leute von allen Seiten zusammen, wenn sie von meiner Ankunft Kunde erhalten, um mit mir einzutreten, mit denen, die sonst zu ihm kommen, spricht er durch ein kleines Fenster, gibt ihnen den Segen und schenkt damit gar vielen die Gesundheit, denn durch den Namen des Herrn heute er Krankheiten, treibt Teufel aus und ahmt die apostolischen Wunder nach, nicht bloß über Fremde, welche zu ihm kommen, ergießt er Heilung, er gab sie wiederholt auch dem eigenen Körper, so hatte ihn früher einmal die Kolik befallen, die Schmerzen und Qualen, die diese Krankheit im Gefolge hat, kennen jene genau, welche das Leid am eigenen Leibe erfahren, aber auch die Wissen davon zu erzählen, welche nur Zuschauer gewesen, die Kranken wälzen sich wie Rasende, drehen sich dahin und dorthin, strecken die Füße aus und ziehen sie ein, bald sitzen sie, bald stehen sie auf und gehen hin und her, lauter Versuche, etwas Ruhe zu finden, so eilen sie oft auch zu den Bädern, hier einige Erleichterung sich erholend, doch wozu weitläufig aufzählen was allen bekannt und offenkundig ist, wenn er mit diesem Leiden zu kämpfen hatte und von solchen Schmerzen gequält wurde, warnte er keine ärztliche Hilfe an, er duldete kein Bett, verstattete sich keine Ergwickung durch Arzneien oder in Speisen, sondern suchte die Heilung auf einem Brett am Boden sitzend im Gebete und im Zeichen des Kreuzes, der Name Gottes war das Zaubermittel, durch das er die Schmerzen bannte, ein andermal wandelte er des Nachts hin und her und trat auf eine schlafende Schlange, das Untier fasste ihn an der Sohle und verbiss sich darin, da er den Fuß zu befreien suchte und sich blickte, um die Hand an die Stelle zu bringen, stieß er damit gerade in den Rachen des Reptils, und da er mit der Linken der Rechten zur Hilfe kommen wollte, zog er auch auf diese die Wut des Tieres, nachdem es sich beruhigt, es hatte ihm mehr als zehn Wunden beigebracht, ließ es von ihm ab und zog sich in seinen Schlupfwinkel zurück, er aber wurde allseitig von bitteren Schmerzen befallen, aber auch da verschmähte er die ärztliche Kunst und führte den Wunden nur die Heilmittel des Glaubens zu, das Kreuzeszeichen und das Gebet und die Anrufung Gottes, darum, glaube ich, ließ der Gottes als auch zu, dass das Untier gegen den Heiligen Leib wütete, um allen den Starkmut jener göttlichen Seele klar zu zeigen, wir sehen ja die gleiche Absicht auch in der Geschichte des edlen Hiob, er fügte, dass viele und mannigfache wogen ihn umtosten, weil er die Weisheit des Steuermannes allen zeigen wollte, denn wie könnten wir die Mannhaftigkeit und die Geduld beider kennenlernen, wenn nicht der Feind aller Frömmigkeit Gewalt bekommen hätte, mannigfache Geschosse auf sie zu richten, die standhafte Geduld des Mannes da zu tun, reicht das Gesagte hin, von einer anderen Seite her wollen wir seine Menschenfreundlichkeit kennenlernen, viele des Augenlichtes beraubte, die zu betteln gezwungen waren, versammelte er um sich, baute ihnen gegen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Wohnungen und hieß sie darin Ruhen und Gott preisen und trug denen, die zu ihm kamen, auf, ihnen die nötige Nahrung zu reichen, er selbst lebt in ihrer Mitte in seiner Umfriedung und ermuntert die einen wie die anderen zum Psalmengesang, und man hört sie unablässig den Herrn loben, eine solche Liebe erweist er ohne Unterlass seinen Mitmenschen, die Zeit seines Aufenthaltes unter freiem Himmel deckt sich mit der des großen Jakobus, sie dauert nun bereits 38 Jahre, Ende Teil 6 von 8, Kirchenvetter, Theodorit von Kyrus, verstorben 466, Mönchsgeschichte, Historia Religiosa, so segne, behüte und stärke sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, Amen. Amen.